Du fragst wieso? Aus reiner Langeweile. Wir Shinigamis haben heutzutage nichts mehr zu tun. Wir schlafen bis mittags und den Rest der Zeit zocken wir. Shinigamis sterben selbst dann nicht, wenn man ihren Namen in das Buch einträgt. Und von unserem Reich aus Menschen in ihrer Welt umzubringen, macht auf Dauer auch keinen Spaß. Da dachte ich mir, dass es hier vielleicht interessanter sei. Da dachte ich mir, dass es hier vielleicht nicht mehr zu tun ist.